Da kommt's. Gut gespielt. Wir halten. Könnte der Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Schau ist der Leber. Dem Fall hält er gut. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. Genau hinschauen wir jetzt. Jetzt schießt er. Oh, kein Tor. Es bleibt jemand 0 zu 0. Das war natürlich eine Riesenschance. Da geht er vor. Er zeigt doch den Punkt. Elber. Es gibt Straßdoss. Und die Elbe Karte. Da rutscht der Eber aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung besuchen. Und er macht den Elber. Er macht das Tor. Der Ball kommt rein. Na ja, der Ball hat das andere Malumidium. Schade. Was für eine Aktion. Da wäre das Tor um ein Haar gefallen. Das wird das eine Torchance. Jetzt vielleicht. Der Pass. Nichts zu halten hier. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. A tunte. Das ist ja diese T Hoppe. Also. Untertitelung des ZDF, 2020